Und damit willkommen zurück. So, wir müssen jetzt, wo müssen wir jetzt, warte da, mit ihm reden doch. Ich bin sicher, dass die Götter die Grünen in ihrer Lieblingsarena segnen werden. Okay. Ich glaube Hauptquests, ne? Ne, Nebenquests. Nebenquests, Hauptquests, Maske. Genau. Aber wo ist jetzt die Reiterkost für die Grünen? Na gut. Gucken wir uns mal in der Map. Indem du gegen Gegner antrittst. Na, das kann man eigentlich mal machen. Treten wir mal gegen Gegner an. Im Tutorial ist immer klicklich gescheitert. Ja. Was dauert, nicht zu dir. Was dauert, was dauert. Was dauert, was dauert. Was dauert, was dauert. Okay. Turniere. Einführung ist an. Genau. Das ist immer gescheitert. Das ist immer noch. Nur das jetzt einfach mal. Vielleicht kriegt man es ja doch hin. drei, zwei, ein, aus. Auf geht's. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Welch ein Treffnis hat! Ja, das sieht ganz gut aus. Ist das so gut? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Die Wagen gehen in die letzte Runde des wohl grandiosesten Rennens, das Alexandria Jeza! Das war so knapp. Okay. Aber... Okay. Man müsste halt wissen, hellblau, ne? Hellblau war das. Die müssen wir boxen. Jetzt regnet es auch noch. Jetzt müssen wir Regenreifen aufsetzen. Zwei, eins... Jetzt, wenn es über die Ziellinie kommt, erhält die meisten Punkte! Jawoll! Oh, die Schweine! Wir haben einen weggekickt. Oh, voller Wange! Ja! 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 Der Sivaner ist doch immer im Rennen! Ja! 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 Ja, das ist ein Wachstum. Wer wird wohl gewinnen? Wir rennen die Pferde einfach so. Wir müssen noch einen haben wir uns. Nö, ne? Momentan nicht. Ja! Ja! Jawoll. Huh, war das geil! Wir haben voll die Leute weggekickt. Wahnsinn ey. Boah, die haben 0, 0, 0, 0. Ja klar, aber ich habe es bloß einer noch geschafft hat von denen. Geil, das gibt uns natürlich jede Menge Vorsprung. Okay, wir werden weiter zum nächsten Abend. Geil, das war's schon. Freunde herausfordern können wir übrigens auch, aber dann bräuchten wir erstmal ein paar Freunde, die das auch haben. Es wäre dann echt cool, das mal noch zu machen. Vielleicht können wir sowas mal zeigen. Zeitrennen, Turniere, okay. Aktivität, Ben. Huh, geil. Heute ist ja das dritte Rennenbäuer, mega cool. Echt mega cool. Haltet mein Fahrzeug X kurz gedrückt und Zugtier Kontroll-DZ überlassen. Das läuft dann hier. Um schneller höre Stufen aufzusteigen oder so, wie wir wissen, was wir machen und so und so und so und so haben Familie. Das ist mir schon klar, aber was wollen wir machen? Die greifen ja ein an. Hey, kommst du nicht rein? Ich bin doch schon drin. Du kriegst du auf die Fresse. Genau das, ne? Was willst du dann machen? Kannst dich ja in Ruhe noch wehren. Das ist alles Notwehr. Ja, cool. Ich bin für die Grünen gefahren und habe eins gewonnen. Jetzt gucken wir noch mal die Map. Hm. Okay. Skarabeus reist nach... Ne, da wollen wir noch nicht hin. Hm. Blauen Mannschaft verloren. Zweite Saison Rauhalschwurm. Gehen wir noch mal, um zu raten. Okay. Da gehen wir hin. Shit. Komm mal her. Boah. Nicht so krank. Ja, mein Vorhine. Boah. 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 damals übrigens auf Karl Lyons. Ja mittlerweile Bonanza, ich glaube ich jetzt momentan auf Pro 7 Max. Sorry. Pussy Max, ja, muss ich reinziehen, meine Lef Bonanza. Äh, ich klob. Okay. Hey. Oh. Pass auf, hier stimmt was nicht. Alter, was machen die denn? Die verbrennen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Oh, Alter. Oh. Oh. Okay. Okay. Ja, die sind hier verbrennt, irgendwie hat sich das Wackerfeuer ausgebreitet. Nicht gut. Hey. Hey. Okay. Okay. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Icarus gestohlen, die meine Mutter für das Denkmal des großen Wagenlenkers angefertigt hatte. Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu entehren und die Fahrer der Grünen zu verfluchen. Wir brauchen sie. Ich bringe dich zuerst zu deiner Mutter. Nein. Du musst sie holen, bevor sie für immer verloren ist, sonst wird sich meine Mutter nie von der Verzweiflung erholen. Ich würde es selbst tun. Doch ich bin zu schwach. Bitte, finde die Büste, damit wir sie zurückbringen können. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Okay. Okay. Äh. Okay, Sally. Da liegt so. Da liegt so. Ich habe einen Mannen in der Bode. Ich habe einen Mannen in der Bode. Ich habe einen Mannen in der Bode. Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. Jetzt gucken wir mal. Können wir hier... Ja, bis dahin. Halt! Bleib stehen! Nü! Da musst du schon noch herkurieren. Was? So. So. Hä? Seid! 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 Meiji! Du hast meinen Sohn gerettet! Ich stehe tausendfach in deinem Leben! Die Böste, das Icarus. Jetzt hat Prasina eine Chance in den kommenden Spielen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wir bringen Icarus und den Grünen von Prasina ein Opfer in deinem Namen dar. Dazu gibt es keinen Grund. Oder aber, opfere lieber meinem Sohn. Ich hätte ihm gerne das Spektakel im Hypodrom gezeigt. Machen wir. Gehen wir, Mutter. Wir müssen uns um das Begräbnis meines Bruders kümmern. Ja, du hast recht. Jedenfalls kann er froh sein, dass die Icarus-Büste wieder da ist. So. Ja, die Büste ist wieder da. Wir gucken mal. Da waren wir jetzt auch schon. Da ist noch ein Fragezeichen. Da haben wir noch mal eine... Boah, da war noch eine Rache der Poeten. Der letzte Leibwächter. Wir haben hier jede Menge in dem Quest. Wir müssten eigentlich mal hier oben die Dinger alle machen, ey. Die ganzen Schnellreisepunkte. Wo man überall hin kann. Hier ist auch einer. Okay, wir reisen erstmal hier hin. Zack. Dann holen wir uns die Schnellreisepunkte. Bis sie wie stieg. Und auf dem Weg zu den Schnellreisepumpen könnte man sich noch mal eine Nebenquest wie diese hier holen. Oh. Ach, die Schöpfung. Was mache ich denn hier immer? Da, so jetzt. Wir müssen uns gegen die Krankheit wehren, die sich geräuschlos ausbreitet. Ha! Dieser Gennadius! Er will die Poeten Alexandrias unterdrücken! Oh. Er weiß nicht, mit wem er sich da anlegt. Mögen sie mich einsperren, aber ich verkaufe mein Blut nicht an die Todeshändler dieses Regimes. Ich sorge mich um Phanus. Warst du in seinem letzten Stück? Es war recht düster. Er ist ein Poet. Die haben andere Vorlieben. Hm. Andere. Bayek! Endlich jemand, der mein Genie zu schätzen weiß! Mein Stück wurde konfisziert! Du ziehst Ärger förmlich an! Schlimmer noch! Sie haben alle meine Darsteller! Mitunter die besten Poeten Alexandrias! Sie sagen, falls ich das Stück aufführe, werden sie mich töten! Gib gut acht, Phanus. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich an's Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Okay. Empfohlene Stufe 20. Wir sind 14. Meine Darsteller sind in der Garnison. Ist das zu glauben? Wenn die für Lakitai Streit suchen, dann kämpfe ich! Ich begann diesen Krieg nicht, aber ich beende ihn! Die Ptolemaeer unterdrücken Poeten schon immer. Sie haben uns in die Mine Nubiens verbannt. Vielleicht würde die Aufführung deines Stücks in den Tempeln mehr Leute erreichen. Oh, Moment! Ich wusste nicht, dass ihr Sivaner so viel vom Theater versteht! In Siva wurden viele große Satiren in den Tempeln aufgeführt. Ich erinnere mich an eine, in der Anubis mit einem Schakal vermehlt wird. Wie beeindruckend! Ägyptens Satiren sind mir noch fremd. Worum geht es bei dir? Es heißt, gut gebrüllt, Pharao! Eine stürmische Komödie über Unterdrückung und die Ignoranz des Pharao. Oh, und Löwen! Klingt... Interessant. Ist dieses Theater nicht beeindruckend? Es steht leer wegen des Regimes. Bitte, Bayek, flieg wie Senu und bringe das Leben zurück in dieses Amphitheater. Ich vermisse meine Poeten. Ja, wir kriegen das schon hin. Es sind zwar viele Level-Gons. Vielleicht sterben wir auch. Ich weiß es nicht. Oh, verkehrt mir noch. Geht den Weg rein. Vlax, sie erlauben die Kriuki im Neste. Morias, Palast, was war das denn? So, hier können wir wieder Ausrüstung nachfüllen. Warte mal, wir wollen doch... Da waren wir Ausrüstspunkte, okay. Das machen wir nämlich auch gleich. Ich hab mich fast wieder vergessen. Aber gut, dass du mich dran erinnert hast. Dass wir hier die Ausrüstungspunkte noch machen wollen. Ach, hier waren wir doch mit drei, ja. Mega geil. Boah, da haben wir nichts Lammes. Also von den Baracken her sieht's aus wie ein bisschen Lammes. Ich hab gesagt, sie sind in unseren Häusern. So, wo ist der Busch? Da ist der Busch. Jonas. Okay. Alter, steck die Waffe wieder weg. Wo? Okay, ich glaub, da sind wir nur Sperrzone, ne? Hm? 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 Da ist Zucker. Okay, da ist Zucker am Kommandant. Jetzt weiß ich warum das auch so schwer von der Stufe ist. Gucken wir mal, warum ich irgendwie so herankomme. Duda! Halt! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hey, was? Ich muss nicht hier sein. Shit, du kannst dich hier nirgendwo verstecken. Okay. Oh shit. Hey! Oh shit, der Kommandant sieht uns bestimmt. Oh shit, der Kommandant sieht uns bestimmt. Wenn ich dich finde, weite ich dich auf. Hey! Den Treppen! Oh fuck. Die Wände attackiert. Was? Zu landen! Du kannst nicht fliehen! Du hättest nicht herkommen sollen! Da bist du ja! Ich rufe die Truppen! Ich rufe die Truppen! Das war's! Stirb! Ja! Hälft mir mal hier drüben! Ah! 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 Dank! Der ist zu stark! Verdammt! Hey! Verdammt! Da! Da bist du ja! Der ist zu stark! Verdammt! Ich reiß dich! Verdammt! Wir müssen auf dich! Verdammt! Hör zu warm! Oh shit! Oh! Ah! 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 Hey, was? Hey! Das war's! Stirb! Uhhh, Alter! Hey! Halt die Waffe griffbereit! Uns überrumpelt heute nichts! Du bist zu gütig! Vielen Dank! Ich muss hier raus! Wir sind tot! Hält mal hier drüben! Wer ist du? Stopp ihn! Tot ins Tolemäern! Ich schläf dich auf! Psst! Du wirst ewig in meinen Gedichten leben! Bring! Was? Ach! Das erinnert mich an meine Jugendzeit! Bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide! Ich bitte dich, sei still! Schneller, großer Mann! Wir müssen eine Revolution beflügeln! Ach! In die Freiheit getragen! Welch einmalige Erfahrung! Sei doch still! Ich komme bloß nicht rüber, ne? Mist! Hey! Vorsichtig, großer Bursche! Oh! Sorry! Vielen Dank! Es gibt noch zwei von uns! Sie sind geflohen! Ginarios Philakitai wollen sie töten! Sie sind mitsamt dem Stück auf dem Weg zum Palast! Gerät es in falsche Hände, ist Phanus in großer Gefahr! Wo sind die Darsteller? In ihrem Haus! Nicht weit von hier! Sorge dich nicht um mich! Ich finde selbst zurück zum Theater! Hm. Okay.